Wir alle haben als Kind How I Met Your Mother geschaut. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? Ich finde, das ist eine der krassesten und traurigsten Theorien, die ich jemals hatte. In der Episode Schlechte Nachrichten, wo Marshalls Dad stirbt, wird der Tod seines Vaters per Countdown eingeläutet. In der ersten Szene beginnt es mit der Nummer 50. Sofort danach 49. 48, 47, 46, hinter Barney 44. Dieser Countdown geht die gesamte Episode so weiter, bis die Null erscheint und dann erfährt Marshall, dass sein Vater gestorben ist. Es war eine der traurigsten Szenen der gesamten Serie. Wollt ihr euch den restlichen Countdown euch im Video zeigen? Schreibt es in die Kommentare und macht euch das Scheiß Plus weg, damit ihr es nicht verpasst.